Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Chicken Police bei einer neuen Folge im Kazar Club oder Bar, wie auch immer. Und ja, wir, oh, das sind aber die Texturen von dem Glas ein bisschen schief. Ah, die Bühne müssen wir noch inspizieren, merke ich gerade. Gut, wir waren in der letzten Folge, haben wir ja alles mal inspiziert, haben mit dem Barmann gesprochen, haben wir ja alles ausgekundschaftet und jetzt sprechen wir mit Filma, dem ehemaligen oder auch ein befreundeter Partnerkollege. Was? Ja, das ist genau wie das. Du willst ein Bein? 5 Meter großartig, halve das Legs, Angelic Voice, Demonic Eyes, einfach das usual. Oh, boi. Und du? Das ist so. Ich weiß noch nicht die exacten Zahlen, noch eine Dame namens Natascha. Sie hat uns hier, wenn ich nicht verstanden, die Joint ist. Ja, sie hat die Joint, amongst andere. Na, gut, Leute, das Broad hat eine... ...reputation. Sie ist nicht die Art zu spielen, wenn Sie wissen, was ich meine. Any useful information? Für free? Stop klucking around, Filmar. All right, aber nur wegen der alten Zeit. Schau mir nach mir nachdem du sie sprachst. Du wirst nicht verstehen, was ich zu sagen, um sie zu erzählen, bevor sie dann nicht. Don't leave, unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Good to see you too, old pal. We'll be back. Oh. Oha. Oha. Olivia? Handlanger? Oh shit. Können wir mit ihm noch mal sprechen? Uh, just one more thing. I see you haven't. You think we're walking into a trap? You always had good instincts. You know, I couldn't figure out this Natasha woman. Even when I worked for her. Then the trouble is bigger than I thought. Just take care of yourselves. And don't leave your guns out of reach. Oh, that's never happened. Yeah, this crazy cock even sleeps with his. Welcome to the club, Brother Bird. Take care, Phil. You too, old fart. All right. Alles klar. Ich guck mir grad noch mal. Ah. Der gute alte Filmer muss etwas über Natascha und den Fall wissen, aber er will mir nicht mit mir reden, ehe ich nicht mit Natascha gesprochen habe. Er wirkt ein wenig nervös. Bestimmt geht es um etwas Wichtiges. Wirklich Wichtiges. Mhm. Alles ein bisschen verzwackt hier, habe ich das Gefühl. Ähm, hatten wir neue Hinweise. Filmer haben wir, ne? Filmer, so nennt er sich inzwischen, ist ein alter Kumpel aus der Zeit von Klauwell. Er ist einer der besten Privatdetektive der Stadt und wie all die anderen auch gerät der offenen Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Trotzdem kann man ihm, kann man ihm immer noch trauen, was in Klauwell auch fast niemand mehr zutrifft. Was in Klauwell auch fast niemand mehr zutrifft. Meine Güte. Okay. Die Bühne ist leer. Ja? Ich habe das Gefühl, dass du den Hauptsituationen verletzt hast. Du bist ein rotter Klauwell, das ist ja. Tch, so sagt der kleine Butt-Jam. Butt-Watt? Das ist nicht eine Worte. Es ist jetzt, nur wegen dir. Du solltest dich erhebten. Butt-Jam. Du weißt, Sonny, manchmal bist du ein schweig, kleiner Kind. Was ist es, Butt-Jam? Okay, dann kriegen wir anscheinend nichts raus. Gut, dann müssen wir uns jetzt anscheinend hier rumkümmern. Der Handler. Hey, Marty. I bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen your first goat. What, why? I'm mad. Yeah. But not suicidal. Are you chicken or what? Piss off, old bird. Nah. Chicken shit. Okay, mit ihm können wir jetzt nichts mehr machen. Ah, okay. Okay, wir gucken mal Ibn. Okay, müssen wir jetzt hier mit ihm reden? Hm, nee, ne? Oh mein Gott, wir müssen mit ihm sprechen. Äh, ja. Just try to act normal. Yep. Well, just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, uh, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Oh, God. Oh my God. What a pleasant surprise. The Roaster Coppers in person. Chicken Police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The names? Sunny Featherland, of course, of course. Chicken Police. Your partner is, uh, he is, uh... Marty McChicken, sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Oh, yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, um, we were, um, just in the neighborhood and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh, yeah. Indeed. It's, uh, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. How much your service? Ähm, sollten wir nicht eigentlich verdeckt bleiben? Also, Deborah Albinis hat ja gesagt, wenn sie jetzt dann irgendwie nicht mit drinsteckt, dass wir unerkannt, also, dass Ivan Wessler nicht mitbekommen soll, dass wir hier sind, ne? Aber das war wohl jetzt zu spät. So, Ivan Wessler. In letzter Zeit hat er sich recht. Achso, ne. Hier, Olivia Blackwing ist eine Krähe. Corvus Corona. Für eine Krähe ungewöhnlich großen Schlang. Sie ist still und geheimnisvoll. Olivia ist derzeit Ivan Wesslers Assistentin und Begleitperson. Es könnte sich als wertvoll erweisen, herauszufinden, ob mehr als eine berufliche Beziehung zwischen Miss Krähe und Mr. Ratte stehe. Besteht. Entschuldigung. Pardon. Filmer? Haben wir noch irgendwelche? Nein, haben wir nicht. Ja, gut, dann war es das auch. Warte, Codex. No. Gut. Anwärter. Oh, wir sind Anwärter mittlerweile. Sehr cool. So. Können wir mit ihm nochmal sprechen? Okay. Können wir mit ihm nochmal ansehen? Irgendwas auskitzeln? Nee, können wir nicht. Gut. Dann befragen wir ihn mal. Komm, was können wir denn? Ah, nix. Gut, mit ihm können wir auch nichts machen. Dann befragen wir ihn jetzt mal zu, ähm... Kasachler und Olivia Black and Lewis Lewis C. Hemsworth. Ach, das ist ja interessant. Wir fangen mal von oben an. Neue Vernehmungsfunktion. Oh, cool. Ähm, was ist das? Ich bin nicht so spannend, wie die Leute glaubt. Ich bin nicht so spannend, wie die Leute glaubt. Ich bin in einer Schoenbeziehung von vielen Säplinen. Ich bin der einzige stille Alive, unfortunately. Meine Karriere begonnen mit dem Schoestall. Und jetzt, hier bin ich. Ich würde das nicht sagen, dass ein Average-Liefe. Schoestall-Werner-to-Mob-Boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that. Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Um... Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question, then. I've been in Mr. Wessler's employment for six months. Why do you ask? Oh, just a routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Yeah, please forgive her, Detective. Olivia is a real firecracker. Hm. No. Look, Detective. If you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Hä? Haben wir schon. Gut, dann befragen wir jetzt mal zu Lucy Hemsworth. Everybody knows, Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in-dead, Detective. But the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? The name is just their name, of course. But the main behind the name... He's another matter, Mr. Fetterland. You're a pragmatic rat. Thank you. Gut, dann, ähm... Vernehmen wir den guten Herren mal. Wessler is a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. Okay. I can't just pin him against the wall. Yet. Gut, how about Ivan Wessler? Wessler ist ein gerissenes Kerlchen. Leider weiß ich zu wenig über ihn, also muss ich ihn gewitzt sein. Ach, genau, er ist durchtrieben. Ähm. Ah ja. Die Augen. Oh mein Gott. Okay, wir sind aber schon hier gut, äh... Auf der Skala, was haben sie gedacht, als sie von der Erpressung hörten? Wie fühlst du, wenn du über die Blackmail hörst? Honestlich? Ich fand es witzig. Und jetzt? Jetzt bin ich mir ein bisschen interessiert. Aber ich will es noch nicht noch nicht nennen. Es sind nur leckere Gefühle. Es gab keine Anforderungen. Gute Punkt. Danke. Sind wir fertig? Nein, nicht ganz. Ich bin sorry, dass du das hörst. Okay. Misstrauisch ist er. Sie machen einen sehr beschäftigten Eindruck. Darf ich fragen, was sie geschäftlich machen? Warum haben sie nicht einfach die Polizei gerufen? Nee, das würde ich jetzt nicht direkt fragen. Ich würde erst mal hier... Du siehst ein sehr arbeiteter Mann. Kann ich fragen, was du machst? Äh, es ist, äh, uninteresslich. Würde du elaborieren? Äh, ich habe eine kleine Schere in der mittelsubstituten-Business. Wenn das neue Produkt funktioniert, äh, vielleicht können wir deinen Job einfacher machen. Ja. Wie steht es mit ihrem Alibis? Nee, ich würde das jetzt mal fragen. Hier einfach. Ist das Platz dein? Nein, es ist nicht mein. Sie hat nie dein in der Vergangenheit. Ja. Oh, warum hast du Fragen, die du bereits kennst, äh? Ja, es war mein. Jetzt ist es zu Natascha. Sie ist meine Freundin. Was eine Coincidence. Oh. Hm. Scheiße. Du streben ist geiles, Jonas. Das lief auch nicht so gut. Oh, Mann, Alter. Stehen Sie und Natascha sich nahe? Finden Sie diese Botschaft nicht gefährlich? Gibt es Nataschas Vergangenheit vergleichbare Vorfälle? Verbringen Sie viel Zeit mit ihr? Also verbringen Sie viel Zeit hier? Boah, das ist echt schwer, ne? Findest du nicht diese Messungen gefährlich? Diese Sprache ist... Es ist schrecklich und abschne, und, unfortunately, jeder kann es auf der Straße sehen. Ich bin sicher, Sie wissen, Sie haben es auf der Wand. Ich weiß. Ja. Es ist unbezüglich, aber es ist nicht so schrecklich. Ich würde es sagen, zu einem Jealous Showgirl, oder ein Deluded Fan. Nichts mehr. Jealousy kann sein gefährlich sein. Ja. Es ist gefährlich. Du kennst das zuerst? Naja. Naja. Aufbrausen. Gehen Sie, gehen die Geschäfte gut. Gehen Sie klar, dass wir jetzt auf der Straße bringen, ne? Inzwischen ist Natascha. Ja. 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 Es ist ja an der Zeit spezifisch und rücksichtslos zu sein. Dann ist ja das hier eigentlich die optimale Antwort, oder? Scheiße. Der ist echt hart, der Typ. Mein Gott. Du machst das. Oh, mein Gott. Der Mobboss und der Pussycat, ey? Wie hast du sogar noch geteilt? Huh? Du musst mich auf, Corporate, damit ich ein paar große Schmerzen rauskriege? Eine einfache Antwort würde funktionieren. Du kennst, Natascha. Sie ist beide Konexin und Mose. Also, wie war es? Ah, ja, die Millions, natürlich! Und wenn sie mich bereit ist, ich kaufe den Ort für sie. Ich denke, sie war bereit. Der nächste Tag, sie hat die Cobb in ihrem Namen. Well, das ist romantisch. Ja, es gibt viele Art von Romanz, Birdman. Es ist günstig, und es ist günstig. Du hast was du kannst. Mhm. Du живst in der gleichen Haus wie Natascha? Oh, du bist wirklich etwas. Oh, du bist wirklich etwas. Natascha ist eine freie Frau, aber meistens, ja. Und mein Platz in Goldtown. Aber sie hat ihre eigene Kindes-Wikend-Haus. Hm, wie oft hat sie den Wikend-Haus? Ja, jeden anderen Wikend. Roughly. Ich verstehe. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn du das sagst. Ah, das fühlt sich immer so. Massiv bedroht, ja. Ist sie ganz alleine, wenn sie am Wochenende dort ist? Dann fühlt sich Natascha also massiv bedroht. Geht aber trotzdem alleine raus? Hm. So Natascha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Ja, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Ja, you know, I'm not sure if you do, but, uh, in our social circles, banquets and dinners are frequent. Hmm. Illegal gambling nights. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy by the roulette wheel. Always putting it all on the red, right? Yeah, you rotten bastard, Sonny. Although, yeah. Always on the red. Yeah, right. So. Can we meet your lady? Hm. I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. Hm. Okay. Sehr gut. Echter Ermittler. Nice. Wichtiger Hinweis. Eibmann versucht jedes Mal das Thema zu wechseln, sobald wir auf die Drohungen zu sprechen kommen. Er weiß eindeutig mehr dazu gibt. Ja, das stimmt. Thank you for your time. We'll be seeing you. I have no doubt about that, unfortunately. Hey, uh, we should, uh, grab a coffee or something, Olivia. You know, for old times' sake. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye? Oh. Please take a seat. The show's gonna start soon. Enjoy. This is so funny, you can kill me, honey, I'm already dead inside. My body is an empty bottle, come away, we'll just forgive us. Sonny. Sonny. See, Chloe's still lying in my bed. And, it's dead. Das war... ...unique. Oh, das ist schön. Niemand hat mir so ein... ...unique... ...kompliment before. Entschuldigung, mein Name ist... ...Santino Featherland. Ich dachte so. Du siehst mehr oder weniger wie ich erwähnt habe. Mehr oder weniger? Sometimes less is more, Mr. Featherland. Ahem. Du warst wunderbar, dear. As always. Could du be mein little furball und fett mir ein... ...cocktail? Of course. Ibn will be back soon. Wir haben ein paar Minuten zu sprechen. Dann wird er in die Gespräche und zerbrechen Sie beide aus. Mit all your respect, ma'am, ...we're nicht so easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you, I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Hey. I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. Three knocks, a short pause, then another three. I'll be waiting. I'll be waiting. Go, before he comes back. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being. And it attracted me like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies. Or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop. And a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Da ist aber jemand, ähm, glaube ich, ein bisschen verliebt. So, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal um Natascha, Natascha. Und, äh, schau mal, was sie so zu sagen hat. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich, äh, wünsche euch noch einen schönen Tag hot rein und bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Ciao.